Hi zusammen. Vor einiger Zeit, das ist mittlerweile schon einige Tage her, habe ich auf Instagram eine Frage bekommen, wie es sich eigentlich mit Kratzern auf der Frontlinse verhält. Fand ich sehr spannend das Thema, weil ich habe mich damit schon mehrfach beschäftigen müssen. Das geht nämlich schneller als man denkt. Bei ihm war es leider das 600er Version 2, was natürlich sehr ärgerlich ist. Allerdings waren das nur Kratzer in der Vergütung. Ich habe hier ein Sigma 20 mm 1,4 mm und das hat ein paar heftigere Kratzer auf der Frontlinse und ich dachte mir, wir gehen einfach mal raus und testen das Ganze, inwiefern diese Kratzer überhaupt sichtbar sind. Ich versuche jetzt ein bisschen weg von der Straße zu kommen, einfach wegen der Audioqualität. Der Wald ist nicht besonders schön und alles, was ich jetzt machen werde, ist nicht unbedingt ästhetisch. Es geht vielmal darum, dass wir den Eindruck bekommen, dass man eben Kratzer sieht oder eben nicht sieht und es geht jetzt nicht um Bildgestaltung oder schöne Bilder. Heute haben wir kein Licht mehr, deswegen werde ich nachher einfach mit der Taschenlampe ein bisschen was rumprobieren. Jetzt baue ich erstmal mein Stativ auf und wir nehmen einfach den Weg hier vorne als Motiv und gucken mal, blenden ein bisschen ab, schauen bei Offenblende, schon abgeblendet. Einfach so als Praxisbeispiel, ob man da irgendwas sehen kann von diesen Kratzern. Stefan hat mir in den Alpen schon gesagt, ich muss da was machen mit dem Stativ, aber es geht relativ schwer auseinander. Ich habe sogar einmal geputzt, aber ich glaube, dass ist wieder Zeit. Also da ist absolut nichts zu sehen von irgendwelchen Kratzer, oder irgendwelchen Artefakten im Bild, die von den Kratzern stammen könnten. Das sieht tadellos aus. Also was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, ich habe quasi eine Sonne ins Bild gesetzt und habe geschaut oder schaue jetzt, ob da irgendwas zu sehen ist von den Kratzern, die da irgendwie jetzt aussehen. Aufleuchten oder so. Aber selbst da, wir haben klar, wir haben Flares, also Sonnenflares im Bild, aber selbst wenn die Kamera oder wenn die Taschenlampe direkt in die Linse leuchtet, sehe ich nichts von diesen Kratzern. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann nochmal unter Extrembedingungen verhält. Also komplett hell oder komplett dunkel. Das testen wir dann zu Hause nochmal. Aber so in der Praxis erkenne ich da jetzt keinen Unterschied zu einem tadellosen Objektiv ohne Kratzern. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Da vorne waren noch ein paar Holunder, die mit Moos überwachsen waren. Das sah ganz cool aus. Zeige ich euch gleich nochmal. Und das ist eben genau das, was ich eben schon angesprochen hatte. Dieser Holunder schaut eben super cool aus mit dem ganzen Moos. Ganz häufig wachsen da auch diese goldenen Flechten drauf. Immer wieder ein schönes Motiv. Holunder hatte ich euch auch schon in dem einen Video über den tierfreundlichen Garten gezeigt. Die Äste, ich breche jetzt keinen ab, aber die haben eben in der Mitte einen Mark. Und wenn die alt sind und ausgefault sind oder tot sind, dann fehlt dieses Mark. Und in diesem Mark, es ist wie eine Röhre durch den kompletten Ast. Dort gehen gerne Wildbienen rein. Und auch ein tolles Fotomotiv, gerade mit dem Moos hier und diesen Wassertropfen, die dann teilweise runterhängen. Also draußen konnte ich jetzt absolut nichts feststellen, dass da irgendwie diese Kratzer einen Einfluss haben. Deswegen gehen wir jetzt nochmal eine Nummer extremer ran. Und ich nehme mein Handy. Wo habe ich es denn hin? Ach ja, es liegt direkt vor mir. Ich nehme mein Handy und nehme die Taschenlampe und leuchte hier mal wirklich auf die Frontlinse drauf, so dass wir direktes Streiflicht haben. Und dann schauen wir mal, ob das Auswirkungen hat, ob dann die Kratzer sichtbar werden. Also, um einfach eine extrem starke Streiflichtsituation nachzustellen. Und wenn ich die Kamera so ein bisschen schwenke, dann sehen wir Lensflares, die natürlich sind. Also, das liegt jetzt nicht an den Kratzern, die kommen einfach vor. Die bewegen sich, die Lensflares. Also, das stammt nicht von den Kratzern. Aber es tauchen ab und zu Flares auf. Die werden ein bisschen heller und dunkler, bleiben aber immer auf derselben Stelle. Und das entsteht eben durch die Kratzer. Aber der Effekt ist in meinen Augen marginal, fast schon vernachlässigbar. Und ja, ich finde es gar nicht mal störend. Also, wenn ich sowieso schon Lensflares im Bild habe, dann ist es egal, ob da jetzt nochmal ein paar mehr auftauchen oder eben nicht. Vielleicht ist der Akku von der Kamera leer, deswegen ist der live hier ausgegangen. Wir haben jetzt mit dem Objektiv gegen eine helle Wand fotografiert. Das heißt, ja, einfach viel weiß, es ist alles generell sehr hell. Wir sehen fast keine Flares, zumindest nicht die von den Kratzern. Wir sehen diese grünen-roten Flares, Sonnenflares von der Taschenlampe. Aber die Kratzer leuchten nur ganz, ganz wenig auf. Wechseln wir jetzt zu einem dunklen Hintergrund, dann ist die Sache ganz anders. Also, da sehen wir schon ein, ja, da sehen die Kratzer sehr, sehr deutlich. Wir sehen die Struktur der Kratzer, wir sehen, dass sie anders leuchten, dass sie immer da sind. Man muss aber auch dazu sagen, die Taschenlampe ist quasi direkt auf der Frontlinse. Das passiert in der Praxis nicht so. Und dann haben wir schon mal einen komplett dunklen Hintergrund in der Landschaftsfotografie. Auch das ist für mich nicht praxisrelevant. Wir haben da durchmischte Strukturen und dann bräuchten wir noch, wir hatten einen dunklen Wald, aber trotzdem ganz starkes Sonnenlicht. Das sind Situationen, die wir in der Landschaftsfotografie fast nie haben. Dementsprechend ist das für mich nicht relevant. Auch zusätzlich ist das eben ein sehr lichtstarkes Weitwinkelobjektiv, was ich für die Polarlichtfotografie nutze. Und da habe ich dieses Streiflicht erst recht nicht. Dementsprechend kann ich das nach wie vor so nutzen, trotz Kratzer, als ob da nichts wäre. Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Auch diese Kratzer wären erst wirklich sichtbar, wenn man stärker abblendet. Für mich, wie gesagt, ich nutze es für die Polarlichter. Da habe ich sowieso eine relativ offene Blende von 1,4, 2,0, 2,2. Da sehe ich das nicht. Da sehe ich das erst recht nicht. Wenn wir abblenden, ja, dann wird es deutlicher. Aber auch, wie ihr an den Bildern sehen könnt, bei Offenblende, selbst bei dunklem Hintergrund, sind sie kaum sichtbar. Ihr habt gesehen, also in der Praxis sind solche Kratzer auf dem Objektiv, auch wenn sie relativ heftig sind, komplett irrelevant. Also nur unter extremsten Bedingungen sehen wir dann wirklich einen Einfluss, auf den wir uns aber einstellen können. Also ich finde es persönlich gar nicht so schlimm, solche Kratzer zu haben. Bei einem Wiederverkaufswert ist es natürlich doof, weil man verliert einige hundert Euro dadurch. Niemand will ein Objektiv kaufen mit Kratzern, außer der Preis stimmt. Aber letztendlich, wenn wir so ein Objektiv haben, wir können weiterhin damit fotografieren. Habt ihr vielleicht dazu noch andere Erfahrungen gesammelt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie es euch dabei geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank.